Hallo, mein Name ist Ingevin Girova, ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich Wieder frei. Ich helfe Menschen mit Depressionen, Minderwertigkeitskomplexen, seelischem Schmerz usw., aber vor allem Menschen mit Suchtproblemen und dazu gehört natürlich die Droge unserer Gesellschaft, der Alkohol. Heute möchte ich dir ein Geheimnis verraten, warum es so viele Filme gibt über tolle Menschen, Businessmänner, Supermänner, tolle Frauen, die was trinken, rauchen. Rate mal selber, diese Schauspieler kriegen nur dann ihre Rolle, wenn sie diese Rolle erfüllen, wenn sie diese Rolle auch spielen. Der Regisseur oder der Autor vom Film kriegt sein Geld, damit er den Film überhaupt produzieren kann, nur wenn er Sponsoren findet. Wer sind die Sponsoren? Beantworte diese Frage für dich selbst. Warum trinken Schauspieler in den Filmen? Trinken sie in ihrem Leben, in dem realen Leben auch, so viel und rauchen genauso viel? Diese Menschen sind meistens sehr sportlich, leben sehr gesund und konsumieren nichts. Für die Rolle, natürlich trinken sie in den Filmen kein Alkohol, das ist nur ein Wasser, Wasser mit Farbe. Das ist alles nur deswegen da passiert, weil der Sponsor das will. Sonst zahlt der Sponsor kein Geld für den Film. Deswegen dieser ganze Elend in unseren Filmen. Alle trinken, sind glücklich angeblich und alle so toll, man trinkt, singt, tanzt. Das ist eine Falle. Und noch eine türkische Falle ist, über Betrunkene zu lachen. Das wird auch künstlich gemacht, mit Absicht. Denn die, die den Stoff produzieren, wissen ganz genau, wenn man über so was wie Saufen lachen kann, dann ist das nicht mehr gefährlich. Dann kann dein Gehirn keine Schränke mehr aufbauen, keine Grenzen mehr aufbauen, keine Angst mehr zu diesem Stoff aufbauen. Und da gibt es einfach nicht mehr dieses Vorsicht. Das ist ein Gift. Das funktioniert nicht. Du kannst dir hundertmal sagen, das ist ein Gift. Ich will das nicht trinken. Das ist auch kein Getränk übrigens. Aber dann kommt ein lustiger Film, wo ein Besoffener vielleicht irgendetwas anstellt und alle lachen. Und dann ist ja alles ganz normal und gar nicht so schlimm. Und man spielt wieder mit dem Alkohol. Man geht wieder in diese Mausefalle. Denn das ist ja alles nicht so schlimm. Schau, die Schauspieler trinken alle, die rauchen alle, die sind ja tolle Menschen, sind unsere Vorbilder. Das ist alles eine Illusion. Da wo gelacht wird, wird die Sache nicht ernst genommen. Das ist der einzige Trick, warum wir so viele Filme, lustige Filme über Trinker haben. Auch diese lustigen Filme über Alkoholiker haben ihre Sponsoren. Folge dem Geld. Eventuell habe ich dir was Neues gesagt, weiß ich nicht. Sei aufgewacht. Verstehe, was mit dir gemacht wird. Verstehe, warum du in diese Mausefalle geraten wirst. Glaube keinem Film. Ein Film ist eine Illusion. Hinter jedem Film steht ein Sponsor, der sein Interesse verfolgt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bewahre deinen klaren Kopf und denke selber. Denke selber für dich. Wenn dir etwas nicht gut tut, wenn du nach einem Konsum von irgendwelchen Mitteln dich nicht gut fühlst, dann kann dieses Mittel nicht gut für dich sein. Egal, was im Fernsehen läuft. Egal, was die Medien sagen. Egal, was die Werbung sagt. Vertraue nicht irgendjemandem, sondern dir. Deinem Körper. Deine Seele. Deinem Empfinden. Deinem Gefühl. Okay. Alles Gute. Bis zum nächsten Video. Deine Inge. Du'n Untertitelung des ZDF für funk, 2017